Hi Leute, heute ist Smiley Pack oder Maxi Smiley Pack 8-teilig in einer Pappschachtel vom Penny gekauft für 6,99€ oder 7,99€. Fangen wir an mit dem Silbervulkan. Gute Brenndauer, machen wir mit dem Gold weiter. Goldvulkan. Das ist von Wegrotes Pack. Blau. Pendalklamme in Gelb oder Gold. Sehr schön. Das Pack habe ich schon mal ausgerissen. Die Lemon Spider Fontaine. Leichtes Pfeifen. Schöne bunte Sterne drin. Oh ja. So, jetzt einfach rausnehmen und wegballern. Red Green Fontaine. Wow, rot und grüne Sterne. Alles gefällt mir mehr als das von GB VWGO. Da waren die alle doppelt drin. So, welche haben wir jetzt? Die Red Star. Eine kleinere. Ja gut, sind alles so ein bisschen Mogelpackung. Wow. Schöne rote Sterne drin. Römer in den Blüten. Oh, jetzt riecht kurz. Und die andere kleiner. Wie heißt die? White Pine. Oh, leichte Steckling. Schöne lange Brenn-Dore. Für so eine kleinen Dinger. Welche haben wir denn? Lemon Pink Fontaine. Na, wo haben wir sie? Die finden wir doch alles. Schöne bunte Sterne drin gewesen. Oh, jetzt sind wir richtig. Und jetzt haben wir die Blue Star Fontaine. Und dann haben wir die Blue Star Fontaine. Und das kann man dann auch mal machen. Aber blau, die Garnen drin. Und lange Brenn-Dore. Ja, schön. Also das Smiley Maxi Pack. Achteilig. in einer Packschachtel vom Penny gekauft. Voll zu empfehlen. Hier hinten habt ihr die Dinge. Okay, über Abos, Likes, Kommentare würde ich mir sehr freuen. In diesem Sinne, freut euch aufs nächste Video. Ciao, ciao!